hoch hoch so schnaufe ist weg mal gucken ob auch wirklich die aufnahme ist ja passt schon ok weiter wieder rein gerade bei mir ist nicht sicher weil ich irgendwas noch danach gedrückt habe wenn es nur die sprungtaste weiß ja gut dann ist ja ok da auf geht's von wo kam der jetzt weg wieso ist er jetzt weg ich trau den Frieden nicht mal anlocken oder so wind ist cool aber wird auch gleich schön gewittert verteidigt islam und zombies sind auch da ich trau mich nicht so richtig zu laufen tut mich sorry hier wäre der eigentliche eingang die man ja nicht nehmen kann wo ist denn das Viech sag mal der ist echt zu weit weg oder was so ein fuck cool hab ich was hochgejagt da ist aber auch ein weißer punkt weiß den menschen warte mal der jagmal ist fast da hoch bevor ich das nachher dem close combat fight mit dem blutsacker hochjag oder so geht nicht hoch zu jagen daneben nicht war so die überlegung das lieber gleich zu machen sind alle erst da drin sind es noch zwei punkte war es blutscher aus war das ich weiß es nicht mehr weiß denn alles nicht mehr oder sind die weiter unten das sieht aber buggy aus wenn ich hier so mich ran lehnen kann ich durch die die band gucken ein boll heck oder was ach ja als presse close the door das geht ganz bestimmt nicht ja ich habe schon mal erwähnt dass ich dem frieden nicht drauf ich kann nicht überlegen wo ey he auf der Seite Ja, fuck! Mann, fuck, fuck! Waren das immer so viele? So zwei weiß ich, aber ich seh hier so viele. Volleit, Alter. Na gut. Ich geb' mir mal euren ganzen Scheiß. Ach! Ja! Ich seh hier noch und reagieren. Ich seh hier noch und reagieren. Ich seh hier noch und reagieren. Da ist noch einer. Ich hab' gleich keine Monition mehr, Scheiße. Die laufen mir immer vor der Nase rum. Aber greif' nicht direkt an, was ist mit denen verkehrt. Ja, die sind dahinter. Wenn ich praktisch, äh, durch die ganzen Umwege am eigentlichen Laboreingang bin. Da sind die ganzen Freaks. Mann, Mann, Mann! So, wo sind jetzt die ganzen Idioten? Ich hab' ja genug Munition, ne? Mann, der Messi hat ja eh genug. Der Messi hat ja eh genug. Von allem. Was ist denn da? Werden immer so viele. Mannsthaft? Warnsinn! Aber find the group of scientists? Wo ist hier ne group of scientists? Nicht jedes Mal. Ein richtiger Bishop, ich besitze eh noch keiner, die wollten, aber... Im letzten Schritt habe ich ihn dann doch verhagelt. Was soll denn das, die Wissenschaftler sein oder was? Soll vielleicht nicht ins Strahlewasser steigen, ne? Jetzt sind hier jede Menge tote Punkte. Und ich glaube, da bin ich wieder im Eingangsbereich. Weiß im Folie kann das sein. Ich fühle mich aber ein, der war noch näher als Blutjogger. Der war auch irgendwo ein Mensch. Nee, ich sehe keinen Menschen mehr. Kalema wird doch noch einen weißen Tunkel. Sie muss einen weißen Tunkel. Hä? Wir sollten mal speichern. Jetzt bin ich im Folie. Da hinten ja genau. Glaube ich. Oder wie oder was? Nee, noch nicht mal. Da hinten ja. Da hinten ja. Okay, da hinten ja. Hier ja. Da hinten ja. Da hinten ja. Das ist so. Da hinten ja noch ein bisschen. Ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, dass ich die normalerweise... die man normalerweise hätte reinkommen müssen nach ganz normaler logik aber ganz normale logik ist ja hier im spiel nicht immer unbedingt gefragt ich brauche keine kanaten trotzdem müsste ich jetzt gerne wo hier die gruppe auf wissenschaftler sein soll ich sehe hier keine wissenschaft ich guck jetzt hier noch mal lang auch wenn es vielleicht gefährlich ist da kommt ja geht ja ganz seltsam um mich herum sind irgendwo noch blutsauger ich weiß nicht wo und ich weiß nicht wann monolith oder war das muss nur noch militär ich sag was dich aufhalten will am schluss ist nur militär muss da lang gehen so welche hunde ja ich höre sie hier oder ist draußen jemand draußen fällt eigentlich keine hunde haben keine hunde hier guten tag da ist doch noch mehr bullshit ich weiß es doch da ist der blutsauger und so höre ich nicht aber keine wissenschaftler ja ich bin ein wenig angespannt kann aber auch ein wenig schlaf liegen jungen am umbau arbeiten am haus oder renovierung ich habe nachtschicht voll geil ich kann es nicht wieder ausmachen wie gut ich schlaf oder wie viel ist das ist die große türen hier ist noch ein knall kopf Okay. Ne, hier ist auch nichts. Wo sollen die Wissenschaftslos sein? Task complete. Feinste Kubrick Wissenschaft war ich doch gar nicht. Wollt ihr mich verarschen? Check ich nicht. Hier vielleicht. Ja, okay. Okay. Ecologist Trend. Jawohl. Ich muss sowieso in diesem Durchgang im Labor ein bisschen mehr gucken. Da ist noch ein Wissenschaftler, okay. Da ist noch ein Wissenschaftler. Okay, ich habe die Gruppe auf Wissenschaftler. Ich sehe jetzt einen. Ist okay. Ihre Unterlagen muss ich noch holen. Und irgendwas soll ich noch holen. Okay. Okay. Wenn diese Task complete ist, was ist dann danach damit zu tun? Die selbe Sinsulation ist klar. Muss man kurz einen Schluck Kaffee trinken. Aua. Heiß ist das auch noch. Deliverative in Artefacts. Ja, ist klar. Die müsste ich mir einfach nur bringen. Feinde PKL-Maschinen kann. Ja, es ist ein Sneak-In-Einstitzt. Das wird nichts. Nightstar. Nightstar. Fulfill your promise. Wir möchten Nightstar. Yanta. Ne, doch nicht. Irgendjemand in der Bar. Wie leichter wird es selber. Tyrannas PDA. Feinsteil. Was? Das ist ja alles falsch. Moment. Äh, Moment. Completed. Oh je, jetzt muss ich erst mal ganz runterziehen. Wenn die Task complete ist, kann ich dann das schon abschließen oder was? Muss ich mir einfach nur sagen, ich habe die Toten gefunden. Kann ja durch sein. Es sind ja nicht viele Aufträge, die ich bis jetzt gemacht habe. Nein. Und wenn es nur so Hohl-und-Bringer-Dienste waren, ne? Mutant Body Part, Obtain, bla bla, Obtain, bla bla. Get the Artefakt, Camp Elimination. Oh mein Gott. Wack! 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 Mein Gott, geh doch auf. Scheiße, jetzt hat er mich. Ah, halt doch die Schnauze! Schnauze! So, ganze Magazin rausgepolst. Ja klar, wegen dem Blödsinn wieder. Eigentlich ist es ja auch unsinnig, das hier mitten im Offenen zu machen, wo es ein bisschen gefährlich ist. Man könnte ja einfach mal vielleicht sich als ein sicheres Gebiet suchen. Vielleicht. Das wäre ja langweilig. So, ich wollte immer noch wissen. Complete Task. Ah, hat sich das gemerkt, wo ich war? Das ist schön. Das kannst du nicht ganz nach unten ziehen. Das ist auch so ein Ding von dieser Engine. Irgendwie kann man das nicht richtig greifen und nach unten ziehen. Das ist in Containern so, das ist in Dialogen so. Das nervt. Defensive Bar, bla bla bla. Das haben wir alles gemacht. Grauecks, Moles. Ja, alles gemacht. Ich möchte es gerade wieder... Also es stand ja, glaube ich, sowieso completed da. Dann muss ich wohl einfach nur ihm die App berichten, dass ich sie gefunden habe. Ja, sind halt hier. Aber ich soll doch noch etwas finden. Irgendein Buch oder was? Boah, halt bloß, du Fresse. Hast einen schönen Tanz für mich, aufgeführt, du Arschloch. Wieso bist du mein Friend? Hä? Was ist denn das? Ich glaube, da gab es mal irgendwann so eine Theorie. Die wollen eh bloß mit einem reden und man soll... Man soll halt nicht so brutal zu den Viechern sein. Irgendwas war da mal. Weil die sind ja nur ein bisschen gestört. Die können ja nichts dafür. Aber wenn hier reden, mir wehtut, was nützt mir das dann, ne? Das ging hoch. Okay. Geht natürlich auch. Ein Islam, ein Blutsauger noch. Weiß nicht, was hier noch so rumblödelt. Ach, das ist unten. Das ist gar nicht hier. Ich muss das mal hier weiter warten. Jetzt wohl ein alter Fahrstuhl schafft. Gibt es hier sonst noch was Sinnvolles? Alter, was ist denn das überhaupt? Oh. Ja, es ist nicht Zeit aufzustehen. Ich bin schon lange wach. Was ist denn das? Ach, da ist eine Decke runter. Hä, wo soll die Decke runtergebrochen? Sag so. Hä? Aber da ist doch die Decke zu. Das verstehe ich nicht. Das ist auch ein bisschen... Oder ist es der Boden? Der hat sich den Boden hochgeknallt. Keine Ahnung. Egal. Ja, ich gucke mir sowas halt auch gerne an. Ist zwar Unsinn. Ah, warte, hier geht es runter. Okay, wir gehen da jetzt noch nicht lang. Und ich lasse mal noch hier. Ich habe noch hier noch nicht alles erkundet. Ja, das kann sein, dass ich die Wissenschaftler einfach noch finden musste. Gibt es die immer oder gibt es die als in das Zug? Die gab es nicht vorher. Die Militäris ja. Aber die Wissenschaftler nicht. Oder spawnen die Leichen, wenn man den Auftrag hat. Ich vermute fast. Aber gut, das kann natürlich auch eine falsche Vermutung sein. So, und ich glaube, das hier ist nämlich der Punkt, wo ich vorhin eigentlich... Nee. Ja doch. Genau, weil das ist die lange Highway, wo man vorhin reingekommen wäre. Ja. Da oben wäre der eigentliche Eingang gewesen. Und der ging ja nicht. Genau, deswegen bin ich ganz außenrum für den ganzen Blödsinn da durch. Naja. Okay, jetzt schauen wir weiter. Gab es hier noch was? Hier warten nachher auch... Ich glaube, sogar Monolitha warten hier noch. Nicht nur Militaristisch. Bild mir ein, hier warten auch Monolitha. Obwohl, das macht ja keinen Sinn. Weil die Militaristisch sind doch genauso wie die Monolitha. Oder bin ich doof? Möchte ich jetzt nicht bestreiten. Nee, hier gibt es nichts. Okay, gut. Lassen wir das. Dann gehen wir jetzt noch hier rein. Vielleicht gibt es hier was. Ich brauche hier immer noch das Buch. Weil es ja nicht... Also das Notizbuch... Ich habe heute die anderen zwei Notizbücher aus den anderen Laboren. Habe ich aber das aus dem X10 fehlt mir noch. Aber ich nehme an, das wird eher an der Installation unten sein. Ja, es stuttert ein wenig, ich weiß. Also am Pioradar sehe ich jetzt keinen Menschen, das verstehe ich nicht. Weil ich war der Meinung, wir waren auch vorher schon Menschen. Ich habe mich aber wohl getäuscht. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee hin. Irgendwo war noch ein roter Punkt, wo ist der rote Punkt hin? Ach, ist es der rote oder? Oder ist es ein lila? Nein, nein, jetzt müsste es der rote sein. Also Blutsache. Nee, das ist ein lila. Jetzt da hinten taucht der rote wieder auf. Aha. Gucken trotzdem mal unter die Treppe. Randalieren ein bisschen, um ja auf uns aufmerksam zu machen, ist ja klar. Ja, der blöde Islam, der kann auch aufs Maul kriegen, ist das Problem. Komm her. Bist du. Oh, das sind noch zwei rote Punkte. Okay, jetzt kommt er her. Cool, wenn du dich aufgeschliffst, ist dir fast intelligent. Aber nur fast. Oh fuck. Und jetzt lade ich Idiot nach. Kann nicht anlocken, das wäre Risaat. Das Pass geht nicht hoch. Na gut, dann geht es nicht. Das ist der Islam hin. Den ich hier, ach da, hier hat er, ah, er war verschwunden. Ja, ist das sehr schön. Der alte, bekannte Bug. So, so langsam verblödelich mal ein bisschen Munition, das schadet nichts. Ich habe so weit dermaßen zu viel. Und wir sind ja so generell mit der Hauptquest kurz vorm Ende. Also warum, oh, da ist noch, ach ist das der Monolith, der, 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 der Neutre, wo bekam er mit Monolithchen, der da ist. Weil ich so habe da noch einen Tötungsauftrag. Hier habe ich einen, sehe ich gerade einen Dienstpunkt, ein Ziel, ein menschliches Ziel. Wo ist der Hessler? Da gibt es das. Der ist da drin, bestimmt, oder? Er kommt zu mir. Oder auch nicht. Ich glaube, es ist nicht so richtig. Da haben wir schon was gemeinsam, ich traue mich auch nicht richtig. Was ist denn los, Junge? Du stehst da irgendwo im Eck rum. Wo ist der Zweite? Das ist ja auf einer völlig anderen Ebene. Weil ich sehe ihn praktisch direkt vor mir, aber ich sehe ihn nicht. Das ist ja fantastisch. Wenn man dieses Gewitter, kann sie das mal entscheiden. Ich möchte nachher in Ruhe zur Arbeit fahren. Der ist dahinter. Hä? Ich will mich verarschen. Ah! 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 Was hat denn der für komische Laufwege? Wo kam denn der jetzt? Hä? Hä? Wie ist der durch die Mauer gelaufen, oder was? Na gut, ist ein Blutsauger. Kann er vielleicht, weiß ich nicht. Dass er im Blut raus durch die Mauer laufen darf. Hä? Wo kam denn jetzt der Idiot her? Hier ist nix. Hä? Kann der hier irgendwo langlaufen? Nein. Ich glaube, das nächste Ziel, was wir da haben, ist dann tatsächlich Monolith, den wir umbringen sollen. Okay. Entschuldigung. Nice one. Jetzt gibt es mir erstmal Brot. Hallo! Es gibt Brot. Danke. Dankeschön. So. Ich sehe kein Mutantenziel mehr. Gulag, bitte. Gulag, bitte. Danke. 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 Tschüss. Attitude Friend. Hä? Was ist denn jetzt das? Die Leichen werden jetzt auf einmal zu Freunden. Muss ich den Humbug verstehen? Ich hab' auf. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit drauf zu kommen? Nö, ne? Bringt aber auch nichts, weil da oben nichts ist. Sagt gerade so aus. Der wird direkt ins Eck stehen. Auch fantastisch. Hier müssen wir mal langschauen. Oh, da ist was. Oh, was geht das jetzt hier? Was geht immer da oben? War hier noch auf der anderen Seite was? Wie gesagt, ich nehme es sowieso an. Das Buch wird wohl eher sein, da... Oh, so ein billiger Artefakt so weit in der Zone drin. Was ist denn das für ein Blödsinn? Na gut, ich denke, wir machen den Rest im nächsten Part. Ach, da war noch gerade in der Kiste drin. Da darf sie einfach am Boden. Ich denke, wir machen den Rest im nächsten Part. Oh, wo steht denn der? Hey. Das gucke ich mir jetzt noch an, aber vorher... Save. Versuch X10 oder so. Hier, wieder viel Spaß. Hast du, wo steht der? Der steht direkt dahinter. Hä? Wo ist der? Direkt da in der Buchse? Warte mal. Tag! Post! Oh, ich habe mich erwischt. Das war weniger gut. Ist der da unten drin oder was? Wo ist der Spinner? Hä? Was ist denn, wie geht es sonst mal? Nee, der ist nicht hier. Hier? Nee, hier? Nee, wo ist der? Wahrscheinlich eins, weil der unten ist. Der ist auf einer anderen Ebene. Oh, wenn das ein besserer Dorn oder so war, habe ich nichts dagegen. Ja, wahrscheinlich ist er von einer anderen Ebene. Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, dass man es jetzt hier gut sein. Den Nasenbeeren werde ich schon noch finden, weil er weiß, dass ich noch mal die Pässer da aufzuschalten. Nee, geht nicht. Das finde ich auch okay. Also der muss wohl auf einer anderen Ebene sein, aber ich gehe davon aus, dass das ein Ziel von mir ist, dass ich eigentlich ausschalten. Oder er ist noch gar nicht gespawnt. Das ist natürlich auch das Problem. Vielleicht wird mir aber auch ein Radar schon angezeigt. Wäre auch möglich. Ist der da oder was? Nee, kann auch nicht sein. Nee, wie gesagt, vielleicht auf einer anderen Ebene. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne, Like oder Kommentar. Gut, Munition verballert gegen die scheiße Blutsauger. Ja, ich finde es aber witzig. Ich kann mich auch ein Schild daran erschrecken, an den Küchern. Ja, aber effektiv nur einer hat mich eigentlich erwischt. Der Rest, den hast du vergessen. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich den letzten noch erwische. Den letzten, was auch immer der ist. Der ist auf einer anderen Ebene, so wie es aussieht, wie gesagt. Und dann die Installation ausschalte. Und dann versuche ich hier wieder rauszukommen. Und das wird witzig. Die Flucht hier raus wird geil. Wissen wir vielleicht noch auf dem letzten Durchlauf. Also Lila, weiß ich nicht, ob ich schon dabei war. Weil ich weiß, dass Toonie schon dabei war. Und sich wahrscheinlich ab und zu kaputt gelacht hat. Okay, bis dann.